Ich bin Hans-Jürgen Waschk. Ich komme aus der Mitte Deutschlands, vom Teutoburger Wald, vom Schönen. Und ich bin studierter Architekt und das bisher aus Leidenschaft. Das Besondere am IMK ist, dass ich erstens mal einen Überblick kriege über die Internet-Marketing-Branche. Das ist insbesondere für mich als Neueinsteiger in diesem Bereich sehr interessant, überhaupt eine Orientierung zu bekommen, einen Überblick zu bekommen und irgendwo auch eine Richtung zu bekommen in die oder die bei der Vielzahl der Referenten, wo ich sage, das ist was eher für mich und das ist eher was nicht für mich, um zu sehen, wie gefallen mir die Leute? Passt mir das überhaupt? Ja, die Leute gefallen mir. Wie ist das überhaupt mit dem Thema? Bin ich aus meiner Fachrichtung, die bisher völlig unwerblich war, total unsichtbar? Bin ich überhaupt richtig, aber nicht völlig falsch? Und ich muss sagen, es macht mir Freude und es interessiert mich nach mehr. Und darum ist das hier nicht mein erster IMK. Ich war 2018 dabei, 2019 dabei. Und trotz dieser Situation hätte ich es als sehr schade empfunden, die Gelegenheit, die hier geboten war, nicht wahrzunehmen. Klasse, dass das stattgefunden hat, dass das organisiert wurde, trotz dieser Situation. Zweitens, der Wert nicht tausend und mehr Teilnehmer, sondern nur ein paar hundert. Und ich bin einer davon. Es ist ruhiger, es hat mehr Zeit, man kommt besser ran an die Referenten, ganz klar. Und die Chancen, die dieser IMK mir jetzt eröffnet hat, durch den einen oder anderen Aspekt, den ich kennengelernt habe, die hätte ich verstreichen lassen, an mir vorbeiziehen lassen, wäre ich nicht hierher gefahren. Das ist der Wert und der Mehrwert für mich. Ja, abschließend möchte ich nur sagen, herzliches, volles Danke an den Veranstaltern dieses IMK 2020, an den Heiko Häusler, der ein klasse Typ ist, was ich gut finde, völlig unwerblich, sachlich, super. An sein Team, übrigens habe ich kennengelernt den einen oder anderen, auch jetzt hier hinter der Kamera, super Team. Ja, und ich werde ihn und auch sein Katschinga weiterhin begleiten. Ja, und im Übrigen, ich habe ein 20 schon gebucht. Ja, danke.